Wenn es grün werden soll, dann weiß der Hannoveraner, dass er die Kretschmer-Family anrufen muss. Als Betrieb mit über 60 Jahren Erfahrung steht Kretschmer für Sorgfalt und Qualität in den Bereichen Garten, Landschafts- und Sportplatzbau. Ganz zu schweigen von der Kraft der über 100 Mitarbeiter. Mit Leidenschaft und Engagement generieren wir umfassende Lösungen für unsere gewerblichen wie auch öffentlichen Kunden und Auftraggeber. Bei Kretschmer sehen wir uns als eine große Familie. Wir begegnen unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern auf Augenhöhe. Wir kennen die Branche gut. Wir sind sensibel für Trends und Herausforderungen. Wir haben keine Angst vor Veränderungen, sondern treiben diese tatkräftig voran. Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung. Mit Hilfe von neuesten Technologien schaffen wir perfekte Ergebnisse und erzielen gleichzeitig eine höhere Wirtschaftlichkeit. Gemeinsam realisieren wir die passende Außenanlage für Sie. Bei Kretschmer arbeiten wir genau nach Plan und überlassen nichts dem Zufall. Wir arbeiten sorgfältig, helfen einander und setzen einen Stein nach dem anderen, um neue Wege für Sie zu schaffen. Aber wir lassen auch mal die Muskeln spielen, wenn es dort ankommt. Wir sind ein eingespieltes Team und behalten stets das große Ganze im Auge. Außenanlagen sind unser Anliegen. Profitieren Sie von unserem Know-how. Wenn Ihre Anlage fertiggestellt ist, bedeutet das nicht, dass die Arbeit endet. Nur durch eine kontinuierliche Pflege sieht Ihr Objekt weiterhin so schön aus wie am ersten Tag. Von Handarbeit zur neuster Technik. Wir geben alles, um unseren Kollegen die Arbeit zu erleichtern. Dabei ist kein Aufwand zu groß und kein Detail zu klein. Mit modernsten Maschinen, Männer und Frauen, die ihr Handwerk verstehen, werden Gärten belebt und Landschaften geformt. Sportplatzbau ist unsere Spezialität. Egal ob Neuanlage oder Pflege, wir haben das passende Gerät und sorgen für mehr Ordnung auf Ihrer Anlage. Wechseln alles über den Kopf? Unsere Mitarbeiter verstehen was von Qualität. Wir nehmen Bodenanalysen vor und sorgen wieder für ein gepflegtes Grün auf dem Platz. Wir sind die Frischluftfanatiker. Wir sehen sportliche Erfolge. Ob auf ebenen Flächen oder hoch oben im Baum, mit der Entfernung von Schädlingen, Parasiten oder totem Gäst, sorgen wir für den Erhalt langjährig gewachsener Bäume und schaffen mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. Egal ob Garten, Landschafts-, Sportplatzbau, Baumpflege oder Fellow, wir stemmen das für Sie. Wir sind ein großes Team. Wir sind Kretschmer. Wir sind Kretschmer. Vielen Dank.